Heute gibt es gefüllte Zucchini mit Hackfleisch und Aubergine. Dazu hüllt ihr einfach eure Zucchini aus, halbiert diese, bratet etwas Zwiebeln in der Pfanne an, ein bisschen Knoblauch dazu, gebt das Hackfleisch hinein, gebt dann die Füllung aus der Zucchini hinein, welche ihr klein geschnippelt habt, dann die klein geschnittene Aubergine dazu, zum Schluss noch etwas Oregano, zwei Esslöffel Tomatenmark, ja, und einen Becher voll mit faszinierte Tomaten. Das Ganze lasst ihr dann schön aufkochen, füllt eure Zucchinis damit, stellt diese für 20 Minuten in den Backofen bei 100.